Hallöchen zusammen, zum nächsten Part, äh, Zelda, The Minish Cap, ähm, wir, ja, waren letztes Mal hier im Schulladen und, äh, da haben wir gesehen, dass ein paar Minish Cap da arbeiten, allerdings haben wir keine Ahnung, wie wir da genau hinkommen, könnt ihr ja gerne schreiben, wenn ihr Bescheid wisst. Tür ist verschlossen, von hier aus kommt man nicht rein, na schade, hier sehen wir auch da dieses Brett da oben, da muss auch irgendwas sein mit dem Minish, ich denke mal irgendwo hier, auch da das Brett. Irgendwo draußen, ist auch wieder so eine Brücke oder sowas, irgendwo hier draußen muss ein Portal sein, das will ich jetzt finden, oder vielleicht auch hier drin einfach. Aha, gucken wir erstmal nach draußen, interessant, cool, Hallöchen, hallo Oma, hallo Mutti, ich bin im Krug, schön, plöpp, so hier haben wir diesen Glückstyp, wir sollten es mit möglichst vielen Leuten Fragmente vereinen. Ja, Fragmente habe ich jetzt allerdings leider keine mehr erstmal, schade aber auch, egal, ähm, irgendwo muss hier ein Fragment sein, ein Dings sein, da hinten. Quatsch, kein Fragment, ein Dings. Du willst verkaufen, ne, bring her, was du kaufen willst, kaufe, ähm, sonst bereust du es später. Ja, pff, was ist das hier denn? Was ist das hier? Ey, was ist das? Eine Geldbörse, macht, äh, 80 Rubinen, da passen viele Rubinen rein, praktisch. Kostet du das? Ne. Nur Rumlungen gibt's nicht, bring her, was du kaufen willst. Äh, bringen wir es wieder zurück. Da haben wir schon gesehen, da ist so ein Kissen, da, äh, können wir uns verwandeln. Es sind überall irgendwelche Löcher, wo ich mich irgendwie als... Plätsch. Cool. Ähm, irgendwelche Löcher. Hm. Hier komm ich so noch nicht rüber. Müsste ich schwimmen können oder so. Doof. Okay, also hier geht's, gibt's schon mal nichts. Ist doof irgendwie, aber okay. So, hier in den Häusern, das ist auch was. Ey, das ist unglaublich. Ist nochmal so ein komischer Kug. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Meine Schwester ist nicht da. Sie ist in der Schule. Ah, ja, schade aber auch. Ist ja doof. Das ist auch so ein Weg für die meine Schie hier oben. Da kann man auch als meine Schlank. Das ist, ah, nervig. Ist die ganze Zeit, ne? Guten Tag, mein Bruder ist in der Schule. Ach ja. Interessant. Was bist du denn hier? Buh. Hast du keine Angst? Ah, was bist du? Ein dämlicher Geist oder was? Oh weh, die Hühner sind weg. Willst du mir, sie wieder reinzufangen? Klar doch. Ja, wenn ich welche finde. Gut, dann fang zwei Hühner in 25 Sekunden ein. Bist du bescheuert? Du brauchst nicht in Häusern oder außerhalb der Stadt zu suchen. Ach, und du glaubst sie... Na, komm, geh mir aus dem Weg. Töten wollte ich dich jetzt eigentlich nicht. Einer. Und noch einer. Äh, Schweinerei. Bleib her. Ey. Nicht weg. Die Zeit ist abgelaufen. Aus und vorbei. Och nee. Komm. Versuchen wir es nochmal. Ich hab da noch das eine weiße Huhn gesehen. Trotzdem. Danke. Ich freue mich über jede Hilfe. Und was nochmal versuchen. Probier die Hühner sind weg. Ja, ich weiß. Hilfst du mir, sie wieder reinzufangen? Klar doch. Gut, dann fangen zwei Hühner in 25 Sekunden ein. Du brauchst nicht in Häusern oder außerhalb der Stadt zu suchen. So, da haben wir eins. Ja, komm, bleib her. Bleib hier, bleib hier. So, da haben wir eins. Und dann noch ein zweites. So, da haben wir zwei Hühner gefangen. Die krieg ich eh nicht, aber egal. Ja. Komm, egal. Die Zeit ist abgelaufen. Aus und vorbei. Ja, danke. Hier zum Dank. Zehn mysteriöse Muscheln erhalten. Ja, ich weiß immer noch, wofür du gut bist. Egal. Du hast 20 Rubinen erhalten. Ist ja ein schönes Gefühl, wenn man Gutes getan hat. Natürlich ist es das. Hier ist wahrscheinlich kein Links. Hm? Es scheint niemand hier zu sein. Vielleicht sollten wir nicht reingehen. Na. Ist ja doof. Hallo Katze. Du möchtest nicht mit mir reden? Schade. Das ist ein kleines Küken. Da kommt man auch als meine Show. Verdammt, ich will da einmal hoch. Ich bin Magnus, der Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, wieso nicht, ne? Wenn ich schon da bin. Zunächst zeige ich dir die wichtigste Grundtechnik. Die Wirbelattacke. Erstens, halte mit dem Schwert belegten Knopf gedrückt. Warte, bis das Schwert aufgeladen ist. Drittens, lass den Knopf los. Dann ist es vollbracht. Hast du das verstanden? Jo. Ausgezeichnet. Du lernst schnell. Doch Schwerttechniken muss man mit eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lass dich die Technik ausführen. Nun also, die Marionettentechnik von Meister Magnus. Sehe und staune. Eins, zwei, drei. Marionette nun sei. Ah. Sehr cool. So, nun versuche es selbst. Knopf gedrückt halten, bis das Schwert aufgeladen ist. Und dann loslassen. So. Sehr schön. Hervorragend. Du hast Talent. Ich überreiche dir feierlich diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du kannst sie dir jederzeit im Statusmenü ansehen. Ja, sehr schön. Wirbelattacke lernt. Technik von Meister Magnus. Okay. Ja, das ist schön auf jeden Fall. Aber das hat mich jetzt immer noch nicht zu meinem Dings gebracht. So, hier war nichts genau. Ich suche immer noch so ein dämliches Portal. Gab es wirklich da in dem Schuhladen vielleicht nicht noch irgendwie einen Ausgang oder sowas? Da komme ich vielleicht später hoch. Oder rein. Angeblich sollten nur Kinder die meines sehen können. Ja, ihr werdet da bestimmt noch irgendwelche sehen. Du hu, ich will meines sehen. In den Häusern hier vielleicht noch was. Ja, aber Bäckerei, ja gut, okay. Da haben wir gesehen, es sind überall kleine Orte, wo meine versteckt sein können, aber... Ich möchte spielen, aber der Laden ist noch zu... Ich bin zu früh dran. Ja, schade aber auch. Irgendwie... Ärgerlich. Hey Gott, hier gibt es so viel. Kann ich hier das mit der Bombe aufmachen, oder wie war das? Komm. Ne, okay, schade. Geh ich einmal hier in das Haus rein. Achso, ich würde hier ist noch geschlossen. Da kann man nichts machen. Versuchen wir es später nochmal. Ja, dann versuchen wir es später nochmal. Egal, was die Leute sagen. Der Bürgermeister ist ein guter Mann. Ah, okay. Ach Gott, ist die Stadt groß hier, verdammt. Also ich glaube, dieser Part, der wird sich... Vielleicht sogar der nächste Part, der wird sich kompletten Tyrol beschäftigen. Ehrlich gesagt, finde ich das auch gerade ziemlich Spaß. Was für ein nutzloser Kauz. In diesem Zimmer stimmt etwas nicht. Ich bin Hagar, der Bürgermeister dieser Stadt. Weil ich Bürgermeister bin, habe ich normalerweise sehr viel zu tun. Trotzdem habe ich ein Hobby. Ich sammle Masken. Sie sind so wundervoll. Wunderschön. Hier sind keine Meinersch unterwegs. Vielleicht hinter den Masken oder sowas. Da ist auch noch so ein Aufgang. Die kann man alle wahrscheinlich als Meinersch erforschen. Das will ich auch gerne machen. Ah, und schon wieder so ein Dings. Ah, Quatsch. Jetzt habe ich da schon wieder den Bomben eingesetzt. Deswegen mache ich das nicht. Gerne. Ich andauere, ob die Tasse kommt. Ein Glücksfragment. Sehr schön. Das kann ich natürlich nicht wegschieben. Das ist ein bisschen groß. Aber okay, ein Glücksfragment. Sehr schön. Warum nicht? Es lohnt sich ja bei Nintendo-Spielen immer, wenn man wirklich alle Sachen sich anguckt. Dementsprechend, ich werde wahrscheinlich keine 100% in dem Spiel schaffen. Allerdings würde ich trotzdem gerne so viel erkunden wie möglich. Oh, ihr scheint ja richtig viel Spaß zu haben. Ah, ja. Das haben sie bestimmt. Hallo, du bist bestimmt Lehrerin. Ah, Leon, jetzt ist gerade Unterricht. Da kommst du nicht rein. Ah, doof aber auch. Träger der Heiligen Macht. Des Windesflügel mögen noch dich tragen. Oh, schon wieder so einmal. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn so eine Tafel explodiert. Ach, wie komm ich da hoch, ey. Verdammt. Ich hab da schon wieder so ein nettes Dings gesehen. Ein Portal. Ich will an das Portal, Mensch. So hoch in den Dings will ich nicht. So hoch in den Dings will ich nicht. Was machst du? Ich möchte ein Buch rausleiten, aber die Bücherei ist noch geschlossen. Na, ich bin alt. Ich kann warten. Ja, eben. Ja. Uncool. Verdammt, ich sehe hier überall so cooles Zeug und ich will hier gerne als meines erkunden. Wahrscheinlich geht das erst später, aber trotzdem. Das ist wahrscheinlich die Post. Ja, Mensch, ey, du hast zu tun. Und zack und zack. Ein Brief hin, ein Brief her. Ja, okay. Sehr viel mehr hast du wohl nicht zu erzählen. Lass mich nicht raus. Oh. Oh, du hast die Wirbelattacke erlernt. Lass mich überprüfen, ob man dich hier wirklich nach draußen lassen kann. Zeigst du mir eine Wirbelattacke? Nö. Hab was Besseres zu tun. Da ist noch meine Stings da, meine Schaus. Die Schwertkampfschule von Meister Magnus im Süden der Stadt ist toll. Er bringt dir persönlich seine Schwerttechniken bei. Vielleicht sollte ich auch dorthin. Ja. Gute Idee. Ist auch nichts. Ich komme aus einem fernen Land. Da sieht man auch an meiner Kleidung. An meiner Kleidung. Verdammt. Fragezeichen. Klein ist meine Schaus. Hey Hund. Wow, wow. Du lässt mich nicht durch. Braves Hundi. Guter Wachhund. Scheiße. Egal. Ähm. Da komme ich dann nicht hin. Will ich nochmal nachgucken. Warte mal. Drüben war da nichts, oder? Irgendwie will ich hier rüber. Weil da brauche ich erst die Dings. Irgendwo. Irgendwo ist ein Meinesportal. Irgendwo. Und das will ich finden. Verdammt. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile hier in Hyrule in der Stadt fast alles gesehen. Und deswegen. Wenn diese Glocke erklingt, wird in der Hyrule etwas passieren. Sagt man. Sagt man. Richtig. Ich bin hier in diesem Haus. Ja, doch. Das war das von dem Bürgermeister. Nein. Das ist sonst auch nichts mehr. Gott, renn nicht rum, du blöder Dings. Hier ist noch ein Haus. Dem war ich glaube ich nicht. Achso. Ich würde hier jetzt noch... Ah ja. Toll. Ja. Schön. Wow, wow. Okay. Ich glaube, das war es dann. Hier gibt es sonst nichts. Ich würde sagen, auch wenn dieser Part etwas kleiner ist. Ich denke mal, dass wir hier in Hyrule alles abgeschlossen haben, was wir so sehen können. Und ich denke mal, das hat diesem Part erstmal genug Stoff gegeben. Ich denke mal, dass wir im nächsten Part dann, naja, in Richtung Gongolberg gehen. Freue ich mich schon drauf. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Zelda. So mein ich, Cap. Tschööö.